Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum 17. Tag bei unserem Adventskalender Opening und mal gucken, was uns heute erwartet. Es ist, oh, Nummer 11, großes Auge. Heieiei, viele Leute wollten diese Karte schon vor einem Jahr gebannt sehen. Rang 7, Finsternis, Hexer, Xyz, 2.6 Attack und 2.000 Verteidigungspunkte braucht zwei Monster der Stufe 7. Und ja, so ein Effekt ist relativ simpel. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen und dann ein Monster wählen, das dann gegner kontrolliert, übernimm die Kontrolle über das Monster. Diese Karte kann in diesem Spielzug nicht angreifen, indem du den Effekt aktivierst. Ja, relativ simpel, wurde im Drachenherrscher-Format auf drei gespielt. Viele Leute haben die Karte als Problem gesehen, es waren aber eher die Drachenherrscher. Mittlerweile ist die Karte nicht mehr so stark, weil es nicht mehr so viele Decks gibt, die sie machen können. Es gibt noch Drachenherrscher-Varianten, die sie machen können. Es gibt Sylvanisch, es gibt Maschinas oder Makinas, Maschinenwesen, die das manchmal beschwören. Aber, ja, es ist eine sehr, sehr starke Karte auf jeden Fall, dass man gegnerisches Mons einfach klauen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen, dass man mit dem machen kann, was man will. Sehr, sehr starker Effekt. Hat mittlerweile auch schon so viele Reprints bekommen. Hat einen Ultra-Rare-Reprint in der War of Giants Boxstar Round 2 bekommen. Hat einen Ultimate-Reprint jetzt im Astral Pack 6 bekommen. Und ist natürlich original aus Galactic Overloads, Secret Rare. Und, ja, das war so ein bisschen meine Meinung. Da sollte man gar nicht mehr so viel darüber verlieren, weil das eine Karte war, die relativ stark im Meta vertreten war. Das war so ein bisschen meine Meinung zum großen Auge. Ich glaube, jeder weiß, was die Karte machen kann und wie stark sie tatsächlich ist. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Opening. Bis dahin. Tschüssi. 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 хотите clothes治gesetzt zu in size� Lemann für die Trinke Karte nach lithium nehmen. опять tries all diese One vehicles nicht configuriert. Vielen Dank.